Was geht ab, Leute? Nerd-O-Late-Games-Team. Willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 2. Fuck yeah, rein da. Angriff! Wenn Graves im Hauptquartier ist, müssten wir ihn finden. Also weiter nach oben. So, Bravo 6, bereit für Feuermission. Da muss man jetzt mal Ziele finden. Yo, ganzes Haus zerstört. Damit haben wir nicht geredet. Halt ja mehr Zerstörung als Wettbewerb 2042. Was? Und die ballern weiter. Guck mal, wie ein Warzone, die Platten. Pack mal da ordentlich was rein. Ja, ich muss jetzt mal weiter. Aber ich baller nochmal auf das Gebäude gerne. Feueranfrage. Position markiert. Verstanden. Werfe dein Ziel an. Wenn man halt die Waffe einfach wegdrehen kann, wenn man gerade so gezielt hat, zielmarkiert. So geil. So geil. Feueranfrage. Ziel markiert. Ziel erfasst. Waffen frei. So sind da immer noch Fische im Haus. Very nice. Oh, hier ist gar nichts. Stopp. Luftunterstützung ist bereit. Geht euch die Unterkünfte zum Hauptgebad in dem Hauptquartier. Graves müsste dort sein. Zehl markiert. Feuer erlaubt bis erzeit. Nein, ich wollte dich. Nein. Verdammt, Sieler. Der Tod darf uns schwer an das Hauptquartier bringen. Verdammte Scheiße, ey. Keine Panzer oben mehr. Das Weiße heißt wohl, ich bin erfasst von so einem Sniper. Oh Mann, er holt sich auf dem Schwierigkeitsgrad auch nicht so schnell. Feuerbereich, was auf dein Zeichen zogen. Boah, Scheiße. Guckt natürlich in die komplett falsche Richtung, ey. Das fände ich jetzt gerade besser. Boah, du kleines, dreckiges, miese Stück. Hat sich so versteckt, ey. Habe ich gar nicht gesehen. Ich muss da, glaube ich, eh nicht lang. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. So. Weg zur Kommandosentrale. Hier durch. Ich weiß ja, dass die so dämliche Rüstung immer haben. Also muss das Ding weg. Gefeuert. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ghost steht genau davor, macht nix und ich gehe drauf. Ist doch nicht normal. Kriege ich jetzt einen anderen Control-Punkt oder bin ich wieder da? Echt dumm. Ach, Gott. Feuerbereich, was auf dein Zeichen zogen. Gehirn in Deckung. Schnell markiert. Feuer und Feuerbereich. Unterstützung. Sehler fassen. Schüsse abgefeuert. Nein, Mann. Ich war zu langsam. Das dauert mir alles zu lange. Komm da nicht durch. Also wir merken, unsere Teamkameraden helfen natürlich wieder gar nicht. Ich bin noch nicht weiter vorrücken, weil sonst kommt das Scheißding nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Die kommen hier nicht raus. Das kann doch nicht sein. Sei not beim Beisp calcul. Fehl markiert. Feier wenn bereit. Fehl erfasst. Schüsse abgefeuert. Das war's. Komm schon. War es das? Ich glaube, ja. Es ist das Vorherste des Speciales gewandt. Graves könnte drin sein. Eure Flage bietet noch auf dem Hauptquartier. Soll das noch bleiben. Ersperrt. Rudy, was hast du? Türlader. Nett. Feuer frei auf alles der Welt. Wenn ihr Graves seht, ausscheiden. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Zünden. Drei, zwei, eins. Einsatz. Bisschen groß für eine Tür, aber gut. Perfekt. Wir sind drin. Sagen wir mal, wir gehen jetzt zu den anderen. Alle raus. Eins ist drin. Ist tätig. Schnapp ihn dir. Hattel ihn jetzt Versorgungswürfel. Sei leiser. Verstanden. Nach dir kam er. Ja. Das ist cool. Aber gut, dann mach du die ganze Arbeit. Wenigstens schießen die mal. Das kam ein bisschen spät. Gut geschossen. Zwei Valerien zu holen. Zettos sind mit der Kelly beschäftigt. Das ist unsere Chance vorzurücken. Exakt. Sie halten Valerien Hangar 3 fest. Bleib aus dem Sieg. Wir schlagen uns dort hindurch. Hangar 3. Roger. Starte! Kontakt! Ja! Ab ihn, beseitig! Kann nicht wahr sein. Stand echt neben der Tür. Chance vorzurücken. Ich werfe noch auch Granate, sonst komme ich da nicht durch. Kontakt! Schlagen ist dumm. Das ist eine Waffe. Mir geht aber die Munition aus, sehe ich gerade. Holy shit. Ich glaube, wir sind sicher. Positiv. Hast du geahnt, dass Graves was ausgeheckt hat? Ich habe immer ein Auge auf die Klingos. Aber nein. Ich habe ihnen vertraut. Böse Männer können gute Dinge tun. Gute Männer können böses tun. So ist es. So ist es. Was bedeutet Kringo eigentlich? Vorsicht. Die Haustentüli ist offen. Code. 6,27. Valeria ist in einem Container am Hangar, der in der Sieg wird gut bewacht sein. Gehen wir leise vor. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptfassieren. Wir brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Nein, alle Schiffe halten ihre Vektoren. Wir haben hier alle... Klar, einer muss gepanzert sein. Ist das klar? Wer die abhauen vor Granaten? Oh jetzt, die sieht Munition aus. Ja, guck mal. Ich slide doch dran und der trifft mich trotzdem. Schweine. Boah, sind das Schweine. Uuh. 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 Ich weiß nicht, ich hab doch gerade eine Granate dahin geworfen. Gar nichts. Alles sicher. Uuh. Komm zum Container. Die Waffe wechseln. Obwohl, ich krieg doch Munition von den NPC. Ja, der gebührt ganz dir, Gass. Hallo. Valeria! Alejandro! Jackpot. Jetzt sichern wir die Position bis Ghostop und Rudi Graves hallen. Gast an Bravo 6. Gefangene sicher. Roger, lass abbleiben. Wir holen uns Graves. Auf Prodolf und die Tür kurz. Nein. Er hat was klein, wenn nicht stärkeres. Versperrt. Rudi, was hast du? Türladung. Let's. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Graves seht, aus. Hey, Rudi. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbrenn. Drei, zwei, eins.